Ja, ja, dann so. Drum noch. Euch. Das. Hoch da. Ja. Aber ich glaube, jeder Mensch braucht irgendwie eine Macke. Oder hat eine Macke. Wo andere denken, mh, Alter, war's doch echt. Eine Macke. Oder die man einfach nicht nachvollziehen kann. Hui. Oder nicht nachvollziehen möchte, warum irgendwas so ist. Oh, ich bin hier zu hoch. So. Nein. Okay, lässt du das mal richtig machen. So. Huh. Ähm. Eins, zwei, drei. Ah, das ist groß genug. Machen wir das hier auch? Ein, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Tü, 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 tü. Okay. Aber ein, schon wieder. Ein Steck. Schon wieder leer. Ja. Ja. Tü, 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 tü. So. So. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für Spiele ihr noch gerne sehen möchtet. Wenn ihr da was bestimmtes habt, wo ihr seid. Gut. Das gibt es schon auf YouTube zum Beispiel. Aber ich würde gerne sehen, wie nur bin ich ein Drehwerk durch das Spielspiel. Da kann ich euch eins schon mal sagen. Leckt mich. Ganz ehrlich. Nein, Spaß. Naja, eigentlich nicht. Leckt mich. Aber ihr könnt ja trotzdem mal schreiben, was für Spiele in welchen Spielen ich versagen soll. Ich darf das sagen. Bin ja schließlich ich. So, jetzt gehen wir da noch hoch. Aber machen wir halt immer dasselbe. Schon wieder ein Steck leer. Ich weiß schon, warum ich so viele Stecks geholt habe an Holz. Pio. So. So. Dann wollen wir mal eben schauen, ob ich noch ein Müll-Age. Oder ob das so hoch genug ist. Dieb, dieb, dieb. Ähm. Bop, 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 bop. Na, nicht in's weiterfallen. Wenn da jetzt ein Dach draufkommt. Dann ist der immer noch höher. Ja, das sollte lang. Ja. Ja, das sollte lang. Das sollte lang, wa? Das hier werde ich auch noch mal ändern. Ich weiß noch nicht wie. Aber das hier gefällt mir immer noch nicht so an den Turm. Der Bereich hier geht. Aber das hier unten. Das geht gar nicht, wa? Geht ja nicht. So, die restliche Rolle. Die werde ich schon mal hier reinklappen. Da einmal. Wenn ihr Videos von YouTubern guckt, seid ihr mehr so die aktiven Gucker. Sprich, ihr gebt zum Beispiel Daumen nach oben und schreibt Kommentare. Oder seid eher so passiv wie ich eigentlich auch mehr oder weniger bin. So, ab und zu mal einen Daumen nach oben. Noch seltener irgendwo was schreiben. Äh. Pff. Ähm. Da müsste das hier... Wie sieht denn das aus? Ich mein... Pff. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Nee, soll nicht. Tüpp, tüpp. So. Das hier nimmt man dann raus. Weil da könnte man den reinpacken. Damit das mit dem Dach abschließt. So, und hier macht man Wolle rein. Jetzt habe ich Schluck auf. Das ist ja auch super. So. So. Hier sieht das aus. Hm. Ich glaube, es wäre fast besser, wenn man hier den Balken irgendwie hoch zieht. Hm. 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 So. Das ist mal auf dieser Seite hier auch. Das ist wieder hier so ein Beispiel, was ich vorhin sagte. Das direkt vernünftig zu machen. Beziehungsweise so, wie ich das denke. Nee. Erst mal gucken. Könnte einem ja doch gefallen. Ähm. So, unterste Stufe. Okay. Ah, der müsste da. Ach, da ist der Balken dran. Ah, okay. Nee so. Nee so. Kommt das weg? Der kommt weg. Kommt drum weg. Und hier packen wir den Balken hin. So. wo? Wo? Wolle, wolle. Unten. Wolle, wolle. Oh, das war nicht so weit. Wolle, 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 wolle. 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 Wolle, wo. Erst mal gehen wir schlafen. Nicht, dass da gleich wieder Mr. Boom Boom Fantastic Boom kommt und uns weg boomt boomt. Diese kleinen Frösche Lalalalalala So Ja Ja Langsam wird es Und er sieht nicht schlecht aus Oder was sagt ihr Auch Kann man so machen Die kann man so machen Das muss ich mir nur noch überlegen Gar eine abgefahrene Idee Das mache ich jetzt einfach mal Ich will wissen wie das aussieht Ähm Holz Verbrauchen wir Ditholz Das nehmen wir auch mal mit Den nehmen wir auch mal mit Dann packen wir da rein Nennen wir das auch mit Komm nehmen wir auch mal mit Ich will nämlich sehen Wie das aussieht Steht er da jetzt noch dabei? Ich habe Adia Adia Radiergummi So Und dann Oh doch Oh doch Ihr wisst was da jetzt hinkommt Oh doch Genau dit Oh Und dann kommen wir auch mal mit So Das selber machen wir hier Das war eine scheiß Idee Aber wie soll ich denn da unten hinkommen So Und dann gehen wir mal hier rüber Und dann hier hin So Dann gehen wir mal hier rüber Dann gehen wir mal da rüber So Einmal daneben springen bitte Mach doch nicht Oh Ist ja öh Niemand Ditte kann er So 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 Und hier kommt so einer hin So So Schnüpp 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 So Und jetzt möchte ich mal sehen wie das von unten aussieht Wie gesagt nur ein Versuch Um zu gucken Wie das wirkt wenn ich Die beiden Türme irgendwie noch miteinander verbinden würde Man sieht, ich bin faszinierender Burgenbauer. Hm. Das lass ich einfach mal so. Könnte man das hier noch weiter, also hier machen wir dann Dach, Dach und das ziehen wir noch ein bisschen höher, versuchen das irgendwie so rund hinzubekommen. Tipptipptipp. Hüpf hüpf. Das, äh hochziehen wollten wir... Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nicht wahr? Ja, die Breite sollte das schon sein. Das heißt, das Runde müssten wir dann hier draußen irgendwie machen. Das war irgendwie so. Indem wir... Ich möchte es aber auch nicht zu und... also zu 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 Gedingsel haben. Ich brauche mal eine Werkbank, weil ich nicht immer runter rennen muss. Da ist ja eine. Nein, nein. Ich will hier oben eine haben. Machen wir jetzt mal so und dann können wir hier nämlich erst mal Treppsche machen. Oh, dann haben wir jetzt erst mal ein paar. Ähm, äh, 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 äh. Okay. Äh, äh, äh... Äh, äh, äh... Äh, 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 äh... Und das war noch ein Hör. Machen wir das so. Und das so. Genau. Ja, könnte schon das sein, was ich haben will. Können wir das mal eben hier wegmachen. Geht auch nicht. Den brauche ich noch. So, den da ran. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Boop. Boop. Ja 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 ja. Oh ja. Moment mal. Moment. Ich muss mir das einmal von unten angucken. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Hui. Hui. Das alles, obwohl ich nicht schwindelfrei bin. Auch klasse, oder? Das ist ja 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 ja. Ja ja.